Die letzten 10 Minuten des Spiels! Und wenn die Superstrikers diesen Spielstand halten können, haben sie ihren Platz im Super League Finale sicher! Aber IU wird einen Berg erklimmen müssen, wenn sie von hier aus noch das Finale erreichen wollen. Mach schon, Trottel! Die Uhr tickt! Komm schon, Dancing Ruster! Greif an! Greif an! Was redest du da, Fran? Wir brauchen doch nur ein Unentschieden! Aber Dancing Ruster ist der Kapitän meines Fantasy-Teams, Spencer! Wenn Ruster trifft, schaffe ich es an die Spitze meiner Fantasy League! Ja, aber wenn er auf Nummer sicher geht, landet er in der Spitze der echten League! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Schwachkopf! Tag, bring an eigenen Teamkollegen! So etwas habe ich noch nie gesehen, Brenda! Das ist eine echte Chance für Invincible United! Scarra! Ich stehe frei! Aber Scarra verschwindet keine Chance! Scarra! Du Idiot! Sie standen frei! Ha! Was willst du schon machen, Wings? Was? Es reicht, Scarra! Ich nehme dir endgültig die Kapitänsbinde ab! Ein Monat vor dem Finale? Bitte! Du wirst niemanden finden, der mich ersetzt! Das habe ich schon, Scarra! Das habe ich schon! So gut wie die Superstrikers spielen, muss man fast schon Mitleid mit denjenigen haben, die ihnen im Finale gegenüberstehen. Aber für ihre Rivalen sieht es gar nicht so rosig aus. Ohne Form, ohne Kapitän sind nur noch fünf Spiele in der Saison zu spielen. Wer wird Invincible United durchs Ziel bringen? Wir schalten nun live ins Weiß. Er ist ein geborener Anführer, ein Hirteverlorener Fußballseelen. Er ist ein Mann, der dafür bestimmt ist, dieses großartige Team zu vereinen. Ich präsentiere Duma! Er? Danke, vielen Dank. Ich bin stolz, dass ich der neue Kapitän von Invincible United sein darf. Invincible United hat bereits die besten Spieler der Liga. Meine Mission ist es, ihnen den Ruhm zu verschaffen, den sie verdienen. Also, was sagt ihr, Jungs? Seid ihr bereit, eure Saison rumzudrehen? Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Oh, hä? Willkommen zum Super League Finale, Invincible United. Und aufgepasst, Superstrikers! Ich schieße die Tore, warum kriegt er denn den Ganzen? Glück gehabt, du mickriger kleiner Halbstarker. Nichts für ungut, Uber. Du hast heute gut gespielt. Was auch immer, ich freue mich drauf zuzusehen, die Superstrikers euch im Finale vernichten. Duma, 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 Duma. Nein! Du gestaltveränderter Scharlatan! Du stumpfes Ungeheuer! Duma. Hä? Geht's besser? Ja. Denkt Duma an seinen Termin im Refab heute Abend? Ja. Refab, ja? Sieht aus, als hätte Mr. Perfect ein kleines Problem. Ja! Ja! Ich geb wieder die Fantasy League in dieser Saison. Ich kann nicht glauben, dass du Duma zu deinem Käpt'n gemacht hast. In Wirklichkeit lebe ich für die Superstrikers, aber in der Fantasy League geht es mir nur um die Punkte. Sind sie so reich, dass es weh tut? Drückt darum, sie nieder und bereitet ihnen Rückenschmerzen, dann kommen sie zu Refab, dem Heimat, das so exklusiv ist, dass wir nach ihrer Behandlung ihr Gedächtnis löschen müssen. Hey, warte mal! Dieser Arzt ist der Typ, der immer bei Duma ist. Aber was will Duma mit einem schniekens Bararzt? Hört sich wie ein wahres Rätsel an. Ich weiß, woran du denkst, vergiss es. Du hast die Werbung gehört, Refab ist nur für die Reichen und Berühmten. Ich kenne jemanden, der reich und berühmt ist. Nein, nein, nein! Nehmen Sie das weg! Nicht das, bitte! Alles nur nicht das! Was ich für den Fußball mache? Komm, Duma. Du wirst dich sehr bald wie eine neue Person fühlen. Ja, guter Duma. Verhaltensrekonstruktionsstation? Hört sich ernst an. Tommy, wie fühlen Sie sich bei dem Foto? Wütend! Beraten! Spike, möchten Sie strudeln? Die Bärchen! Was ist das für ein Ort? Wer bist du wirklich, Duma? Lebenslange Sperre? Komplettes Persönlichkeits-Upgrade? Achtung, von Stress fernhalten! Duma ist eine tickende Zeitbombe! Das ist nicht der Aromatherapie-Raum. Lass es, Shakes. Gara? Gib mir Dumas Akte. Auf keinen Fall. Die ganze Welt muss über Duma erfahren. Nicht bevor er dein halbes Team im Finale verletzt. Gib sie mir und er wird gar nicht erst beim Spiel auflaufen. Warum sollte ich dir glauben? Denkst du, ich lasse Duma mein Team stehlen? Ich bin Invincible United. Ich weiß nicht. Vielleicht passt er perfekt zusammen. Gib her! Wir dabei helfen nicht, die ganze Zeit ein absoluter Idiot zu sein. Wer ist da? Wer spiniert Duma aus? Ich werde diese Wand einreißen. Wenn ich dich finde, trete ich dich in die Zahl. Das ist meine Wohlzeit. Meine Wohlzeit. Was tun Sie hier? Zutreten nur für Berechtigte. Ich habe diesen Patienten dabei erwischt. Wie ihr in Duma's Akte umschnüffelt. Was? Ich bin kein Patient. Nehmt ihn fest. Ich bin nur... Nein, halt! Lassen Sie mich los! Ich muss mal behandeln. Niemand über Duma kommt mit nach vorne. Schau dir das an, Brenda. Coach bringt seinen geheimen Super-Super-Satzmann. Spencer! Oh, Mac. Ich liebe Spencer. Er ist der Bär. Oh! Wie lange habe ich geschlafen? Die ganze Nacht. Was? Warte. Warst du die ganze Nacht auf? Das ist das Super-League-Finale. Die Fantasy-Punkte zählen doppelt. Ich muss mein Team perfektionieren. Hey, schau mal. Hm? Das ist Duma. Das erinnert mich daran, dass ich mich noch entscheiden muss, ob ich Rasta oder Duma zu meinem Käpt'n mache. Vergiss es, Fran. Shakes hätte schon für Ewigkeiten daraus sein müssen. Ich muss ihn suchen. Aber wie willst du da reinkommen? Hm? Ich habe einen Plan. Willkommen bei Refab. Willkommen zu ihrem neuen Dich. Nein! Ich mag mein aktuelles Ich sehr gerne. Als ob mich jemand hören könnte. Ich hingegen höre jede verlorene Seele. Sie wollten all die harte Arbeit an Dumas Heilung zunichte machen. Seine Heilung? Der Rest der Liga wird Heilung brauchen, wenn wir nicht aufhalten. Ich habe da zu viel harte Arbeit reingesteckt, als dass ich es mir von Ihnen ruinieren lassen würde. Sie können mich nicht einfach da behalten. Davon träume ich nicht mal. Nun, welche Persönlichkeit hätten Sie gerne? Superheld? Teleshopping-Verkäufer? Tanztheater-Liebhaber? Tanztheater? Was für ein Irrer sind Sie? Ich weiß. Wie wär's mit einer kleinen Kombination? Oh, wir wollen doch nicht Ihre Behandlung vorzeitig abbrechen. Letztlich hat der Spaß doch gerade erst angefangen. Willkommen beim Refab. Willkommen zum neuen Dich. Wir stehen kurz vor dem Superleague-Finale und vor Doomania. Ich weiß auch warum. Duma ist eine absolute Legende. Und sein Team liebt ihn, genauso wie die Fans es tun. Also, raus da und denkt dran, egal was passiert, ich bin stolz auf jeden Einzelnen von euch. Sehr inspirierend, Captain. Also, verrate mir. Ist dir deiner Strategie auch vorgesinnt, den Coach anzugreifen, ein Fan der gegnerischen Mannschaft zu treten oder mein persönlicher Favorit, dem Shiri die Pfeife in die Nase zu prügeln? Ich weiß, wer du wirklich bist. Und wenn du mir mein Kapitänsamt nicht wiedergibst, wird Wins es erfahren. Skara, Skara, Skara. Ich war auch mal wie du. Wütend, bedroht. Aber mein Arzt bei Refab hat mir dabei geholfen, einen besseren Weg zu finden. Du kannst in Erinnerungen schwelgen, während du deine Tasche packst. Alleine kannst du nur der böse Käpt'n des dreckigsten Teams der Liga sein. Aber wenn alle Kameras auf mich gerichtet sind, denken alle, dass sich in Winsternberg United wirklich verändert hat. Und du kannst tun, was auch immer du tun willst. Gemeinsam können wir endlich die Super League Trophäe kriegen. Gemeinsam können wir die Super Strikers zerstören. Na, das ist mal inspirierend. Kämp'n. Hallo, ich bin es, internationaler Fußballstar, El Matador. Sie sehen überhaupt nicht aus wie El Matador. Warum denken Sie, bin ich hier? Ich brauche professionelle Hilfe. Okay, okay, gehen Sie durch zum Wartezimmer. Ha! Ja! Nun, bisher war Invincible United die ganze Zeit am Ball. Wer hätte das gedacht? Ich, als ich gesehen habe, dass Shakespeare nicht in der Startaufstellung zu lesen war. Eine sehr eigenartige Entscheidung der Super Strikers. Warum nur macht ihr das immer? Verabschiede dich von deinem alten Ich. Sag hallo zu deinem neuen Ich. El Matador? Uh, wie lange war ich weg? Shakes, ich bin Spencer. Wach auf. Er hat es mitgenommen. Ich muss zum Spiel. Die Jungs sind in Gefahr. Wovon sprichst du da? Ich erkläre es dir unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Aber Shakes, du hast dann diese verrückte Maschine angeschlossen. Keine Sorge, Spencer. Mir geht's gut. Die erste Halbzeit ist fast vorbei und die Super Strikers sind kaum an den Ball gekommen. Und das alles dank diesem Mann, dem inspirierenden Kapitän von Invincible United. Ein vollkommen netter Typ. Invincible United hat soeben meine Hand an die Trophäe gelegt. Was machen wir? Ich weiß nicht, Mann. Mit Duma am Drücker ist Invincible United wirklich unschlagbar. Und wirklich eins. Keine Furcht. Ich bin wieder vorbei. Da hinten liegt. Wir Zeit, Mann. Wo warst du? Ich enthülle das dunkle Geheimnis. Der echte Duma war ein brutaler Gromian, der lebenslang von der Super League gesperrt wurde. Aber er hat eine persönlichkeitsverändernde Prozedur hinter sich, die ihn zu einem netten Kerl gemacht hat. Aber die Behandlung ist Betrug. Duma ist immer noch böse und nur ich kann ihn aufhalten. Danke, Shakes. Das war wirklich, äh, dramatisch. Also, wir halten ihn auf, Shakes. Mit einem nirgelnaggen neuen Hightech-Defat-Audio-Ampole aus der Tasche von Dumas Assistenten. Nur einmal zugehört wird Duma wieder normal. Es ist wahr. Was denkt ihr, wie hoch wir gewinnen mit zu einer wahnsinnig neuen Erfindung? Zwei zu eins? Drei zu eins? Genau. Hör zu, Shakes. Unsere höchste Priorität gilt dem Spiel. Wenn wir Duma entlarven können, ist das nur ein Bonus. Verstanden, Käpt'n. Das schreit doch einer feier. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Jungs, den Klobe Shakes hat eine Dosis von dieser verrückten Persönlichkeitsbehandlung abgekriegt. Echt? Was lässt dich das denken? Also, so können wir ihn nicht auflaufen lassen. Keine Sorge, Jungs. Ich schaff das. Jason! Auf keinen Fall. Coach, Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir Shakes da draußen brauchen. Weil er kann den Unterschied schaffen, selbst wenn er nicht ganz er selbst ist. Und der Treibung des Jahres, Käpt'n. Aber du hast recht. Ja! Ja! Ich gebe ihm 15 Minuten. Aber wenn seine Verfassung sich nicht bessert, nehme ich ihn wieder raus. Die Spieler kommen zur zweiten Hälfte raus und Shakes hat beschlossen, mit dabei zu sein. Also, Duma war die ganze Zeit der Böse. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn beinahe als Fantasy-Captain gewählt hätte. Beinahe? Keine Sorge, Spencer. Es gibt nur einen Mann, den ich für das Super League-Finale wähle. Tanks, ich bin frei! Haben Sie das gehört? Rufen Sie jetzt an und behalten Sie Superstar El Matador absolut umsonst dazu. Ich muss treffen. Es ist meine Bestimmung. Der Schiri stoppt das Spiel, damit die Sanitäter sich Automatic und Dingan anschauen können. Vielleicht sollten Sie sich auch Shakes Kopf anschauen, wenn Sie da draußen sind. Er verhält sich verrückt, seit er aufgelaufen ist. Alles klar, Jungs. Jetzt kommt unsere Chance, die B-Fat-Captain zu kriegen. Der unheimliche Typ lässt aber seine Augen nicht davon ab. Wir brauchen eine Ablenkung. Irgendwas Großes. Irgendwas Übertriebenes. Irgendwas komplett Verrücktes. Irgendwas. Was? Ich weiß nicht, wie du entkommen bist, aber... Klappe an, Drecksack. Denn Mann, da habe ich ein Tier für dich. Und der geht ungefähr so. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Hey, Shakes! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dir das Tanztheater für Nacht ins Spiel aufheben sollst? Aber der Charleston ist mein Favorit. Alles klar, das reicht. Wenn Sie mehr sehen wollen, kommen Sie nach dem Spiel vorbei. Gut, großartig. Tschüss. Okay, wir haben die B-Fat-Kapsel. Jetzt müssen wir Duma-Nona dazukriegen, sie sich anzuhören. Strategie wechsel, Shakes, Mann. Ja, du brauchst das D-Fat mehr als sonst jemand. Ich? Aber an mir ist doch nichts auszusetzen. Oder? Was habe ich getan? Sagen wir es so. Du wirst die Spiel-Highlights lieben. Aber was ist mit Duma? Es ist, wie Shakes gesagt hat. Setz Duma unter Stress, und seine wahre Persönlichkeit wird wieder durchkommen. Und wie machen wir das ohne D-Fat-Kapsel? Indem wir die volle Kraft der Super-Strikers einsetzen. Danke, danke, dass wir D-Fat nutzen. Hier ist unser D-Fat. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Willkommen zurück, Shake. Na, das sieht schon eher nach den Super-Strikers aus. Numa! Duma! Stell dich drum rum! Duma, du Idiot! Tu was! Duma? Was sollen wir tun? Duma! 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 Was für eine Chance! Oh nein! Er wurde ausgedacht von... Duma? Ich glaube es nicht! Genauso wenig wie die Fans, Mag. Hä? Ihr armseligen Idioten! Seht ihr, was ihr mit mir macht? Hä? Die Superstöckers machen den Preis so schnell! Goooool! Die Männer in Rot sind wieder im Spiel! Alles klar, Jungs! Das ist es! Der Moment, für den wir die ganze Saison gekämpft haben! Jetzt bringen wir unseren Namen auf diese Trophäe! Hey Duma! Das ist alles Shakes Schuld! Er ist derjenige, der der Welt ein Geheimnis verraten will! Ja! Ja! Ich sag schnell rein! Schöner Zug der Superstriker! Wer ist das? Schicks Mann! Schicks Mann! Schieß! Whoa! Ha-ha! Wow! Das ist ein Käpt'n! Was für ein dramatisches Turmeck! Aber zu welchem Preis, Brenda? Ja! Rasta! 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 Was für inspirierende Szenen, wie Märchenhaft für die Superstrikers. Aber kein glückliches Ende für Duma. Was ist mit ihm passiert? Das hier halte ich von ihrer Karte. Böser Duma. Setz deine Kopfhörer auf und komm zurück zu Refab. Ich habe es, an ihm zuzuhören. Duma ist böse und erliebte. Was für ein eigenartiger Typ. Ich präsentiere Ihnen nun die Meister der Super League, die Superstrikers. Aber wartet, das war noch nicht alles. Erwischt. Das war nicht witzig. Ja, hoffen wir, dass es in der nächsten Saison ein wenig leichter wird als in dieser. Ja. Das war nicht witzig.